Ja, passt perfekt. So, jetzt haben wir drei Schildsets uns besorgt. Hervorragend. So, der Kern wurde direkt schon eingebaut. Kern 3 haben wir schon. Ähm, Malika, nein. So. Jetzt können wir das auch ansetzen. Gucken, ob wir auch mehr Schaden raushauen. Die Samurai-Arme überhalte ich mal. Und wir hauen jetzt mal die drei Schildsets rein. 28, 32, 36. Wir kommen unserem Ziel näher. Ja. Wir kommen unserem Ziel näher. Irgendwann müssen wir mal Teile wieder bauen. Okay. Hm. Okay. Haben wir das, haben wir das, haben wir das. Okay. Dann geht es weiter. Gleich in der Höhle. Aber zunächst speicher ich. Bis gleich. So, auf geht's. In der nächsten Ebene. Äh, nicht schön, bitte. Nächste Ebene, bitte. Höhle des Meeresdonners. Und dann machen wir weiter. Ja. Oh. Rotes Siegel. Das heißt, ähm, mit Monika bin ich alleine. Sie hat das blaue, ja. Sie hat das blaue Siegel. Das heißt, ich bin mit Monika alleine. Oh, gut, dass wir das jetzt, ähm, gut, dass wir das Schwert jetzt auf, ähm, verbessert haben, hochgestuft haben. Sonst hätten wir, glaube ich, keine Schnee da. Kommt auf den Gegner an. Der Königsmime habe ich auch keine Schnee da. Rotes Siegel, ja. Ich weiß, Mixed Emilia darf nicht rein. Okay. Wir haben ja noch sogar die Fähigkeit drauf und... Zack, da haben wir ein Item. Seifern wir bekommen. Ach, ich hab hier... Äh, natürlich muss da hinten noch so ein Vanguard sein. Mal gucken, ob ich den umhauen kann. Wenn ich die Steine nochmal werfen könnte, dann wäre mal was. Neo-Vanguard heißt der. Ach, du Yimmy. Ach, du Yimmy. Wie soll ich den denn besiegen? Äh, nur mit Gegenständen. So viele habe ich, glaube ich, gar nicht. Äh, ich hab irgendwie gar nichts. Gipfapfel. Naja. Kann ich mir sowas irgendwie kaufen? Bomben. Ich sollte mir Bomben kaufen. Oh ja, der macht schon ordentlich Schaden. Aber mehr habe ich nicht. Hau ab. Ja, dann kriegst du Stein vor die Röwe. Komm, wir hauen ihn jetzt einfach mal raus. Ja, aber das Problem ist, ich sterbe gleich. Oh, der ist so hartnäckig, dieser Typ. Verpüsst dich doch. N Games! Alter, alter. Wow. Hier, der kriegt einen Stein vor dir rüber. Oh nein, mach'n Torrad. Oh nein. Oh, shit. Komm, mach ihn tot. Jetzt aber. Ah. Ein harter Kampf. Und der hat natürlich direkt schon den Mondstein. Alter Falter. Das war hartnäckig. Zeppi, mein Freund. Wie geht's? Ach, du bist versteinert. Sehr schön. Oh, wer bist du denn? Ah. Wie heißt du denn? Ich seh dich nicht. Ach, stinkender. Stinkklumpen. Auch geiler Name. Oh Mann, ey. Das sind so viele Gegner. Ja, komm. Ah. Ah. Daher kriegst du deine Sache wieder. Uh. Weißt du was? Ich lass die Gegner in Ruhe. Ah. Komm. Oh nein. Bitte nicht. Komm. Hab Gnade, du Missi. Komm her. Du willst Ärger? Du kriegst Ärger. Hier. Komm. Wieso springt die nicht hoch? Heb auf. So, jetzt. Na gut. Hat jetzt nicht viel gebracht, aber... Immerhin etwas. So, Stein. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Oh, hier. Jetzt noch ein bisschen. Und das. Hopp. So, hier haben wir noch zwei Steine. Musik jetzt, Alter. Ja. Ich hab auch nix. Wo, 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 wo. Nix da. Boah, ich muss so dringend aufpassen. Das ist unglaublich. Oh, einen Schaden nur. Hier, Stein. Beschützt mich. Wie soll ich den in den Down kriegen? Unglaublich. Ja, er ist gestoppt. Er ist geschockt gewesen. Für ne kurze Zeit. Das ist ein Mist, ja. Ich krieg dich noch down. Ich krieg dich noch down. Jetzt glaub ich dir erst mal was. Oh, stopp wieder. Wow, wow, wow. Okay. Weiter. Ich will dir das auch gar nicht hochheben. Ich will dieses Mal auch gar nicht hochheben. Komm. Wir kriegen erst schon down. Ein harter Kampf. Ja. Ah. Oh, kleine miese Ratter. Ah. Ein harter Kampf. Unglaublich. Ein harter Kampf. Ja. So. Dafür verdienst du dir das Brot. Oh, was soll das denn hier? Ich hasse. Ich hab doch nur ganz kurz einmal gedrückt. So sollte es sein. Genau. Oh, hoffentlich kommen hier nicht so viele Neo-Vengards. Ich will nicht. Geerstein. So, was haben wir denn da hinten? Ach, so ein Stinkblomben. Na komm, mach Feuer. Okay. Kriegt er jetzt? Ah. Okay, das Schwert. Ich sollte mit der Armschiene auch mal ein bisschen was machen. Oh. Meereschildkurt. Oh nein, die sind doch so gefährlich. Die sind doch. Ja, das sind dieser Schnapper. Die Schnapper sind so gefährlich. Seht ihr das an? Seht euch das an? Ah. Komm. Stoppst du. Wow. Die sind super gefährlich, die Dinger. Und sie wohl. Och, du Scheiße. Ein bisschen und ich bin tot. Ich hab hier nur harte Gegner, ey. Das ist unglaublich. Nein. Boah, ey. Auch noch solche Schnapper. Die sind... Ihr wisst... So ein Mistvieh hat mich umgebracht. Komm. Ist mir jetzt egal. Ich brauch ein Level ab. Werde auch nicht ab, du... Du bist ein Mistfinger. Ah. Ein harter Kampf hier, ey. Ja, Level hoch. Kriege ich jetzt... Kann ich was aufstufen? Nee, immer noch nicht. Äh, was brauche ich denn für das nächste? 50... ...und... ...vielen... ...und... Okay. Ich krieg das schon irgendwie hin. Was brauch ich denn jetzt? Wenn ich jetzt 6 gebe... ...hab ich 18... ...36 sind 56... ...was sogar. ...ja... ...ja... ...draufpacken. Da müsste ich jetzt Hitze... ...wiederbekommen, ne? So. Das ist erledigt. Jetzt brauche ich nur noch Angriff. Jetzt hätte Einmachkristall alles. Ja, jetzt habe ich wieder Feuer. Bist du ein bisschen jetzt effektiver? Ne, immer noch nicht effektiv. Was habe ich hier für harte Gegner? Das ist doch voll unfair. Ne, 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 ne. Bleib du mal schön da. Das ist Mistvieh! Ne. Kein Hin und Her. Okay. So. Du bist dauernd. Die Rapperin nimmt erstmal... ...die Waffen. Ich habe auch nicht mehr viel davon. Am Anfang habe ich voll viel bekommen. ...und jetzt... ...sieben. Komm. Komm. Erledige ihn. So. Und nicht anders. So, wie groß ist die Ebene noch? Oh nein, ein Wenger. Aber jetzt wissen wir... Nein. Ich lasse den... Boah. Ich suche jetzt... ...den Ausgang... ...den Ausgangsschlüssel haben wir. ...den Kampf tue ich mir jetzt nicht an. Er ist schon hart genug... ...hier mit Monika alleine zu kämpfen. Das sind Gegner für Rhypert. Und, ähm... Max könnte die, glaube ich, auch schon alleine schlagen. Ein Mach-Kristall. Oh. Was haben wir denn da drin? Okay. Gegen die Stinke-Kluppen, die... ...da kann ich anträgen. So, komm her. Komm runter. So, hol ich dich auch runter. So. Schwerz. Komm. Okay. Haben wir dat. Ein Level ab noch. Und dann kann ich auch... ...dat... Oh, oh, da haben wir den Ausgangsschlüssel... ...Ausgang. Das ist ja schön. Die Gegner, die ich noch schlagen kann, die hole ich mir noch. Und zwar die da hinten. Na, komm. Oh. Das war... Äh, schnell die Punkte holen. Ah, die kriege ich beide. Naja, lieber ist es mir. Schade. Na gut, kriege ich für beides. So. Dann bin ich einmal im Kreis gelaufen. Der Vanguard wäre der letzte Gegner. So, die Karte kann ich jetzt auch nicht gebrauchen. Ach, da hinten ist ja auch noch was. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Na, super. Ich hoffe mal, da sind jetzt keine Neowangas oder was auch immer. Irgendwas, was ziemlich schwer ist. Das sollte mich mal heilen. Wäre von Vorteil. Okay, ein Zeppi. Ein Zeppi ist gut. Ein Zeppi ist gut. Okay. Okay. Du schlägst mich. Okay. Wow, wow, wow. Die können auch ziemlich fies sein, die Viecher. Ah, komm. Die Elektro. Dann bin ich mein Armbond. Ja, nee, ist klar. Hier ein Neo Vanguard. Verpiss dich. Nein. Zeppi. Ich will Zeppi haben. Wow, wow. Okay, komm, komm, komm. Oh, der stoppt. Der stoppt. Zeppi, du kriegst das. Komm. Und ich krieg es gleich nicht hin. Und ich krieg es gleich nicht hin. Ich sterbe gleich. Wenn dieser Vanguard mir immer noch folgt. Zeppi. Okay, so kann ich ihn auch besiegen. Zeppi, ich brauche deine Hilfe. Komm schon. Nein. Mach, mach, mach Energieball. Genau, mach Energieball. Schnell. Nein, mehr. Komm, Zeppi. Ich vertraue dir. Zeppi, mach Energieball. Genau. Elektroball, was auch immer. Nein, nicht das. Nicht, nicht, nicht mehr zu klatschen. Genau, das hätte ich können. Komm, noch einen. Noch einen. Du sollst nicht klatschen. Willst du mich verarschen? So. Hast du es doch gewollt? Willst du es mit mir anlegen? Mit Zeppi? Komm her. Boah, Doppelzeppi. Nein. Ah, doch. Eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Aber ich muss aufpassen. Ihr sollt mir nicht gratulieren. Ihr sollt mir Energiebälle zuwerfen. Wegen dem blöden Vangard. Vangard. Also man wollte mich nutzen eigentlich. Wow. Hallo? Zeppi, Zeppi. Hallo? Zeppi, Zeppi. Zeppi, Zeppi. Zeppi, Zeppi. Ja, give me. Give me that. Genau. Komm. Beide. Noch einer. Genau, danke. Ah, schade. Nochmal. Nochmal bitte. Ich hätte gern noch einen. Danke. So. Nein, ich will jetzt kein Zeppi. Ich will den... Ich will den Vangard. Ah, ich hab meine Dinger verloren. Zeppi, du musst mir helfen. Oh, die blöde Kiste, die ist mir weh. Zeppi, Zeppi, Zeppi. Was machst du mit mir? Du sollst mir helfen und nicht mich bekämpfen. Ich will den Vangard. Kommt. Der Vangard ist doch gut. Länge. Und ich dachte... Oder die Aufnahme... Na, na gut. Eigentlich ist das kann ich so schummig. Ich muss hier was rausschlauen. Ja, komm. Gib mir, Zeppi. Gib mir's. Gib mir's. Gib mir's. Genau so. Danke. Na gut, danke. Hallo. Äh, Zeppi. Du bist mir ein bisschen zu schnell. Okay. Ich hab's fast. Du hilfst mir, Zeppi. Genau, du hilfst mir. Von da hinten. Braver, Zeppi. Noch ein. Nein, du sollst mir noch ein geben. Weil ich einen blöden Neo-Vangard töten kann. Und so. Äh, geht doch. So, Zeppi. Danke für deine Hilfe. Du hast gute Leiste gedient. Und dein Bruder Zeppi auch. Ihr heißt ja alle Zeppi. Was habt ihr getan? Uäh. Zeppi, Zeppi. Aber jetzt müsst ihr... MICH VERLASSE! Neeeein! Ein harter Kampf. Ein harter Kampf. Und ich verliere das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei Dark Chronicle. Also. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.